Harry Kreis, was für ein Tag für das deutsche Heishockey, was für ein Tag auch für Sie persönlich. Irre Glückwunsch. Wie hat die Mannschaft das gewuppt heute? Ja, um mich geht es ja nicht. Ich habe gefragt, wie die Mannschaft das gewuppt hat, ich habe Sie nur gratuliert, gehört sich so übrigens. Ja, vielen Dank, aber ich kann nur meinen Hut ziehen, nochmal für diese Mannschaft, die durch einen bedingungslosen Einsatz, einen unglaublichen Disziplin und einen Zusammenrücken an der Bande, als Moritz Seider ausgeschieden ist und wir diese 4,5 Minuten Unterzahl hatten. Das ist eine ähnliche Situation wie, glaube ich, gegen Ungarn, wo diese Unterzahlsituation uns nochmal den vollen Fokus abverlangt hat. Die Mannschaft hat heute über 60 Minuten, glaube ich, mehr insgesamt für das Spiel getan. Die Schweizer waren offensiv gut, aber die kamen nie durch. Wir haben so viele Schüsse geblockt und somit ist dieses Ergebnis in dieser Höhe absolut verdient. Also das ist eine Mischung aus einer Mannschaft, die eine brutale Leidenschaft mal wieder an den Tag legt, aber auch eben einen Matchplan, der auch mal wieder gegen die Schweiz aufgegangen ist? Wir schauen unsere Gegner immer an und das ist nicht nur meine Arbeit, das ist auch die Arbeit von Pekka und Alex, wo wir sagen, das müssen wir machen, das sind Situationen, die wir erwarten, auch in der Offensivzone, wo wir gesagt haben, wie können wir dieses Cycling von den Schweizern stoppen, wie können wir verhindern, dass die zu guten Schusspositionen kommen. Ich glaube, wir haben heute gute Entscheidungen getroffen gegen die Schweizer und die Mannschaft hat das wunderbar umgesetzt. Sie sagen das so nüchtern, wie viel Stolz ist da jetzt drin im Körper, Harry Kreis? Ja. 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 Es berührt mich. Man sieht jetzt, ich frage direkt mal nach, wie viel von 2010 und 2023 steckt da auch zusammen drin? Wir waren schon mal ganz weit bei so einer Märchengeschichte. Das ist wieder so ein deutsches Märchen, ohne das jetzt in dem Sinne negativ zu reden, weil es eine Überraschung ist, sondern die Mannschaft hat sich das ja verdient. Ja, eben. Also vielleicht nochmal jetzt Emotionen schon, aber ich lasse das manchmal ein bisschen hochkommen. Ja, die Mannschaft ist unglaublich, wie soll ich sagen, also ich bin in guten Händen mit dieser Truppe. Ich kann mich an die Bande hinstellen, wir können die spielen lassen und die machen ihr Ding. Die sind unglaublich stark zusammen. Und deshalb, wir haben unglaublich Respekt für den Gegner, aber irgendwo haben wir uns angeeignet, immer diese entscheidenden Spiele, diese Ausscheidungsspiele, heute war wieder ein Ausscheidungsspiel, Nummer 5 in Folge. Die Jungs haben da irgendeine Routine, nochmal, sie will nicht überheblich wirken, aber die freuen sich erstmal um den Sieg, die freuen sich auf den nächsten Schritt, die haben es unglaublich verdient und deshalb bin ich mega stolz auf sie. Und weil ich es ja gerade gesagt habe, dass Sie 2010 schon mal dabei waren bei einem Halbfinale, warum hat die Mannschaft vielleicht auch nochmal was im Tank, dass da ein Edelmetall rauskommen kann? Man kann es nicht planen, aber die Grundvoraussetzungen, die wir schon immer hatten, war dieser bedingungslose Einsatz, der Wille erstmal hart zu arbeiten und das ist vorhanden. Wir versuchen das zu lösen erstmal über läuferische, kämpferische Einsätze und wenn sich da was ergibt, weil wir den Gegner einfach irgendwie um die Scheibe gekämpft haben und gewonnen haben oder auch ein bisschen vortun, dann sind wir zur Zeit in der Lage, auch Kapital daraus zu schlagen, wenn ich das Unterzahlstor denke. irgendwie, die kreieren ihre Chance, die Mannschaft, durch harte Arbeit und die Scheibe geht rein für uns. Aber nochmal, das ist doch verrückt, oder? Sie haben den Vertrag unterschrieben, spielen die erste Weltmeisterschaft zusammen mit dem Trainerteam, mit der Mannschaft und das ist so eine tolle Geschichte. Also das ist ja auch nichts, was man sofort planen kann. Sie sagen gerade planen, wenn man so einen Vertrag unterschreibt und den Weg mit der deutschen Nationalmannschaft gehen will. Ja, das ist genauso, also man kann ja eigentlich nichts planen, man kann ja gewisse Sachen implementieren, man kann gewisse Sachen sagen, wir möchten das so und so machen. Ich kann sagen, Jungs, wir bilden eine Mannschaft, aber ich kann es nicht befehlen. Also jeder muss sich selber entscheiden, ob er ein Teil der Mannschaft ist oder nicht und was er da investiert. Die Jungs investieren unglaublich viel und deshalb, ich werde oft gefragt, ja kannst du dich da und dann erinnern an diese Situation? Nein, ich kann mich nicht erinnern, weil für mich ist vielmehr die Mannschaft und der Mannschaftsgeist. Das sind Sachen, woran ich mich erinnere und ja, somit werde ich den Tag heute lange genießen. Und man sieht an den Emotionen auch, dass Sie das mit Leidenschaft ausführen? Ja. Und Einreiseverbot in die Schweiz, kommen Sie mit klar? Ja, gut, ich habe keine Vignette für 23, also wenn ich als nächstes Jahr reinreisen darf, dann ist das auch nicht so schlimm, dann sind die 45 Franken dann nicht aus dem Fenster rausgeschmissen. Erstmal Halbfinale, Dankeschön, Glückwunsch nochmal, danke, Hebelkreis. Danke.